Ich hatte in Arbeitspläne, um betonen gerne, dass Asylwerber genügend Möglichkeiten hätten, als Saison jetzt zu arbeiten. Ein Romäne, ein Bulgare, ein Tscheche und ein Asylwerber. Alle vier wollen eine Saison auspacken. Wer wird von wem der Koffer? Der Tscheche braucht keine Beliebung, der kann sofort zum Arbeiten empfangen. Der Rumäne und der Asylwerber brauchen eine Saison aus dem Betrieb und die bekommen sie auch. Und wer wird bevorzugt zwischen den Rumänen und dem Asylwerber? Danke. Was sagt die Realität? Die Realität sagt, dass rumänische Arbeitskräfte, so schaut es aus, bevorzugt werden. Weil natürlich auch deswegen rumänische und brutalische Arbeitskräfte spätestens mit aus, bevorzugt werden, dass rumänische Arbeitskräfte spätestens mit der Hand werden. Projahr ist in Österreich ein Kontingent von etwa 10.000 Arbeitsplätzen für Saisoniers. Die meisten Jocks bekommen homänische, polnische, tschechische Arbeitskräfte und Arbeitskräfte. Der Landwirt Gerhard Zubeck beschäftigt im Jahr um die 100 Saison. In dem einjährigen Bestehen seines Unternehmens hat er bis jetzt einen einzigen Asylwerber angestellt. Der Landwirt Gerhard Zubeck hat er bis jetzt unter 10 Jahren mit einer sehr öfteren Gruppe, mit einer polnischen Gruppe und im Sommer auch immer mit rumänischen Erntehelfern. Und der Landwirt hat er bis jetzt seit über 10 Jahren mit einer sehr öfteren Gruppe, mit einer polnischen Gruppe,